Hallo, ich bin Sophia und ich habe ein paar Tipps, wie ihr das Beste aus der Makromedia rausholt. Natürlich gibt es hier viele Möglichkeiten, tolle Dozierende und das neueste Equipment. Aber das Beste an der Makromedia ist der Kontakt zu anderen Studierenden, denn die helfen und pushen euch. Reinzukommen ist auch nicht so schwer. Es gibt keinen C, nur für kreative Studiengänge gibt es eine Aufnahmeprüfung. Aber auch das ist machbar. Und stresst euch nicht, wenn es Leute gibt, die schon alles können. Nach einiger Zeit seid ihr alle auf demselben Stand. Richtig gut ist das Praxissemester. Darauf freue ich mich schon. Auslandssemester an Partnerschulen sind möglich, aber kein Muss. So viel Angebot kostet natürlich, aber auch da gibt es Fördermöglichkeiten. Mehr dazu erfahrt ihr bei der Studienberatung. Wenn ihr euch bewerben wollt, dann macht das am besten im Bewerberportal. Und wenn ihr noch Fragen habt oder euch den Campus anschauen wollt, kommt gerne vorbei. Ich verspreche euch, es lohnt sich.